Was geht von in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Nee 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 Luzi und die Fotze Emily ver- Wo kam die Fotze Emily? Wo kam denn das vor? Ver-recken hinter einem Busch. Ver-recken hinter einem Busch, das ist ein geiles Spiel. Ich weiß, wo ich blei- Kann Peppa keinen niemanden einen- Oster Die meint natürlich Seifenblasenblasen. Passe Gibt's doch gibt's nicht Nee, gibt's doch gibt's nicht, das stimmt. Luzi Gocke Luzi Gocke Kicken Ey, hier ist schon wieder so- Das ist schon wieder so schnell, dass man kaum hinterherkommt, Alter. Mama, Gag und dann einfach die Kekse klauen. Besser kann's nicht gehen. Ahoi 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 Der war gut. Ahoi 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 Fang Ahoi Früher hat man einfach mal bloß mal Ahoi gesagt, heute Ahoi 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 Da will ich kein Kapitän mehr sein. Auf Kapitän! Au, das ist so ein Bannerau, wenn das nicht weht hat, dann sind's keine Schmerzen, Alter. Opa Clef schleppt Opa Wutz ab. Nächster Halt! Bootswerft! Es stimmt ja sozusagen. Ahoi 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 Oder was? Ich hab eine große Olga. Giere. Boom, boom, boom. Grrrr. Und schon? Ich hab urständlich ne große Olga in der Tasche. Aber das hört sich ein bisschen falsch an. Geht die Jagd los nach Opa Wutz. Schuss. Hast du Zeit für eine Tasse Tee? Snowa Wutz. Oho, ja. Snowa Wutz. Der heißt jetzt nicht mehr Opa Wutz, der heißt jetzt immer Snowa Wutz. Oho, die Kinder brauchen eeeewig um die Eier zu finden. Opa Wutz hat kein Koch. Peppa hat ein Schwanz-Ei gefunden. Opa Wutz hat kein Koch. Wie ist da Mama Wutz entstanden? Einem Tumendlopf. Luisa Löffel hat auch ein Schwanz-Ei gefunden. Schuss. Wer sind eigentlich die Eltern von Papa Wutz? Das ist jetzt ne gute Frage. Die gehen immer nur zu den Eltern von Mama Wutz. Auch was mit Papa Wutz seinen Eltern. Hurra! Ein Ei für mich! Oh, den ganzen Baum einfach mitgenommen. Ey, ich brauch das Ei. Ich will gewinnen. Ich nehm einfach mal random den Baum mit. Emily Elefant ist ein Opa. Opa Wutz. Opa Wutz. Oma Wutz. Am Ostern? Das ist doch scheiße. Wo war das? Bei Herr Grievous oder bei Miss Garvel? Schorsch, Linus und Edmund haben keine Schokoladeneier gefunden. Opa Wutz ein Trink. Schorsch, Linus und Edmund. Hohoho. Ui. Opa Clef führt seinen Abschlepp-Kock vor. Frau Lockol führt Feuer vor. Ja. Lech. Boah, ja. So leck ich auch ständig an mir rum. Äh, an meinem Eis rum an mir rum. Oh, Mann. Oh, das war's. Schade. Das war geil. Wieder mal übel schnell und krank. Aber geil. Ich hoffe euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wieder, was soll ich mir anfangen.